servus leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video es geht mal wieder um die virago eigentlich wollte ich heute die blinker verbauen die sind angekommen ich kann dir mal kurz zeigen so schauen die aus schön klein mal im vergleich zu den alten das wird einen fetten unterschied machen genau hinten sind es dieselben das sind sogar die hinteren genau das sind 3 in 1 blinker das heißt bremslicht rücklicht und blinker in einem die vorderen sehen genauso aus aber haben halt nur die blinkfunktion logischerweise genau wie gesagt eigentlich wollte ich heute blinker verbauen aber ich dachte mir das wäre viel schlauer wenn wir die maschine erstmal lackieren und ja quasi montage fertig machen genau deswegen habe ich ja meine schleifmaschine mitgenommen werden den alten lack anschleifen und das ganze dann lackieren und zwar schwarz bis auf den tank den machen wir noch nicht heute weil der wird in der anderen farbe lackiert seht ihr dann in einem der nächsten videos heute lackieren wir erstmal den hinteren fender die seitlichen verkleidungen wo ist das überhaupt befestigt ja das ding hier und diese abdeckung die seitlichen abdeckung und den vorderen fender das ding ist wir haben dafür nur knapp zweieinhalb stunden zeit genau wollen nicht viel zeit verlieren deswegen bauen wir die ganzen teile schon mal ab und fangen dann gleich an das ganze abzuschleifen so genau ich habe auch eine feile mitgenommen damit wir hier das ganze schön gerade feilen können wie das gleiche auf der anderen seite handy klingelt sie haben bei unserer bestellung getätigt und die liegt schon seit längerer zeit zur abholung bereit ja stimmt ja ja genau also schon ein paar mal probiert also wir sind im montag bis freitag von 8 bis 16 uhr immer da ok ja ich war im urlaub danach habe ich es vergessen ok alles klar ja dann komme ich die tage mal vorbei also wahrscheinlich anfang nächster woche dann ja passt ich schreibe es mir drauf ne ok perfekt danke auch tschüss so komme ich da überhaupt hier jawohl ok bekomme ich das jetzt raus so nee hä wie soll denn es da raus ja perfekt ja ich würde sagen wir fangen einfach mal an das ganze zu schleifen wobei nee erstmal machen wir mit der feile den fender unten gerade und versuchen uns dabei nicht zu schneiden ja das passt schon man kann es anfassen ohne sich zu schneiden perfekt so genau dann wollte ich das schloss hier irgendwie noch raus bekommen wie auch immer das gehen soll ach fuck jetzt ich lackiere einfach drum herum keine zeit jetzt für sowas so ich würde sagen dann fangen wir mal an mit dem schleifen ich glaube ich fange mit einem 600er an arbeite mich dann hoch zu einem tausender ich bin heute richtig gut vorbereitet leute ob ihr es glaubt oder nicht ich habe sogar handschuhe dabei ich habe sogar mundschutz dabei den ich jetzt aber nicht benutzen kann weil ich meinen helm auf habe dafür dass das lackieren später ziemlich unprofessionell wird gebe ich mir grad echt viel mühe man dafür dass das lackieren später ziemlich unprofessionell wird gebe ich mir grad echt viel mühe man wenn ich einen zeitraffer draus oder melde mich dann halt erst wieder zum lackieren zurück mal gucken wie so als nächstes gehen wir da mit etwas silikonentferner drüber und das ganze etwas zu reinigen also ich habe es jetzt nur oberflächlich gereinigt später vor dem lackieren werde ich dann nochmal drüber wischen machen wir damit weiter würde ich sagen so leute ich habe jetzt alle bauteile angeschliffen und mit silikonentferner entfettet so schaut das ganze aus das einzige was ich vergessen habe ist das blech hier vorne das machen wir dann einfach beim nächsten mal wir fangen jetzt endlich an zu lackieren das mit dem schleifen und den fetten und so weiter hat jetzt insgesamt ja zwei stunden gedauert und eigentlich müsste ich in einer halben stunde los weil ich mich mit freunden verabredet habe einer von diesen freunden hat jetzt auch angefangen mit youtube checkt ihn aus falls ihr auf gaming content steht und zwar heißt er centronic ich verlinke mal sein profil unten in der beschreibung ähm ja also 19, 19.30 Uhr muss ich halt dort sein das heißt ich muss spätestens in einer halben stunde los eigentlich irgendwie habe ich das gefühl dass ich viel zu fett aufgetragen habe egal schaut geil aus oh das sieht übelst geil aus man jetzt schon das problem ist ich komme jetzt nicht an die andere seite eieieiei das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht wir machen mal weiter mit dem nächsten teil oh man ich hoffe das geht jetzt gut alter ich habe die dinger viel zu eng aneinander gestellt ich stellte sie erstmal hier hin geilo so jetzt muss ich irgendwie auf die andere seite oh shit oh shit oh shit neeeeein neeeeein dass genau das passiert was ich vermeiden wollte und zwar bin ich gegen den anhänger gekommen wie mache ich das jetzt zum besten okay jetzt noch die rückseite von denen ohne dass es hinfällt ich hätte mich besser vorbereiten sollen aber die teile sehen schon richtig geil aus finde ich kann sich sehen lassen ähm ich stell das mal hier hin Fun extern so sieht doch schon mal ganz gut aus Das Ganze lassen wir jetzt mal trocknen. Wir sehen uns, Leute. Peace. Irgendwann später. Hallo. Hi. Die Teile sind jetzt trocken. Und wir sind hier gemeinsam mit Zentronic. Ja. Okay, also hier sind die lackierten Teile. Sieht eigentlich ganz geil aus. Ein paar Flecken sieht man noch. Also ganz leicht vom Sprühnebel. Wir fangen jetzt an, die Teile zu montieren. Und dann war es das für das heutige Video. Dann nehmen wir später noch auf, wie wir die Blinker montieren. Das seht ihr dann nächste Woche Sonntag. Und das Schutzblech vorne hatte ich ja vergessen. Das mache ich dann vielleicht heute, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das da durchbekommen habe. Das war voll komisch, Mann. Was ist? Aber du passt es nicht. Und dann drehen. Sorry. Alles gut. So, und dann so reindrehen. Ja. Oder? Hm? Ja, Mann. Oder? Ja. Passt. Okay. Ja, Mann. Oh, shit. Ist es richtig rum? Oh, nein. Können wir es da denn drehen? Stimmt easier, als es wieder rauszuholen. Das ist falsch rum, ne? Ja, safe. Okay. Ja, Mann. Perfekt. Hä? Jetzt ist es richtig. Da unten sind die Schrauben. Ah, okay. Beste euch andrehen. Ja. Okay. Sieht schon mal gut aus. Aber irgendwie, weiß ich nicht, wie das mit den Kabeln gleich klingt. Ich denke, dass das hier dann hier draufkommt, oder? Und dass es dann erst drunter verläuft. Schau mal. Ich bin sicher, dass es drüber kommt? Weiß ich nicht. Oder drunter, hä? Ja, drüber geht eigentlich auch. Ah, ich glaube, das hier kommt unter das, aber das ist drüber und das auch drüber. Hä? Und dann hier so. Stimmt, dann hältst du es auch drüber. Ja. Sieht gut aus, ne? Ja. Jetzt die Kabel irgendwie durch, oder? Ist die Kabel voll lang, oder bilde ich mir das ein? Ja, ist schon lang. Aber jetzt ist es schon fertig. Ja, das langt auch eigentlich, weil die Blinkerkabel, die sind auch relativ lang und das würde ich dann hier irgendwie verstauen. Da kommen dann eh die Blinker rein, so. Dann, äh, die bleiben noch ab, weil ich hier noch was am Kabel machen muss, aber die können wir schon mal dran machen. schon ein bisschen fleckig, so, ne? Ich weiß nicht, ob ich nochmal drüber lackieren soll, oder nicht. Ist richtig fleckig. Hm. Ich glaube, irgendwann gehe ich da nochmal drüber. Aber ich will mal sehen, so wie es auch aufgebaut aussieht. Deswegen. So. Mutig. Mutig oder dumm? Das passt eigentlich aber, ne? Ja. Ja. Das ist echt nur das und das, das Lech ist nicht mehr so schlimm, das Lech ist. Mhm. Aber die anderen Teile sind alle voll gut geworden. Ja, das Blechteil ist richtig geil geworden. Richtig geil geworden. Selbst das Plastik hat es echt gut ausgenommen. Ja. Taugt mir aber voll mit dem kurzen Heck. Das sieht schon geil aus. In schwarz. Ja, ich glaube, jetzt wo ich das sehe, die Abdeckung mache ich dann auch schwarz, man. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt beenden soll. Und wir machen doch dann noch die Blinker dran hinter. Ja. Aber das sehen die dann halt im nächsten Video. Ja, aber wir machen doch dann das sowieso dran. Das ja? Ja, ja. Ja, ja. Dann werden wir das Video doch mal wieder alles fertig haben. Ja. Bevor wir dann die Blinker dran rotieren. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.